Heute zeige ich Ihnen einen Film über das weihnachtliche Weber. Mit diesem Sonnenuntergangshimmel fängt es an dunkel zu werden. Alle Firmen in Weber haben weihnachtlich dekoriert. An zwei Abenden bin ich durch Weber gelaufen und habe eventuell auch ihre Weihnachtsdekoration aufgenommen. Ich werde das nicht mehr kommentieren. Schauen Sie einfach nur zu und freuen Sie sich über das weihnachtliche Weber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit dem Weihnachtsbaum an der Kirche endet auch mein Film über das weihnachtliche Weber.